Oh, das ist kein Leben! Ja, ist schon gut. Die zahlen aber nicht so gut. 1000 Euro oder 1100 Euro. Ich bin im Stress momentan. Zwei Becher. Vorstrafen? Nein, auch nichts. Mit den Rechnern natürlich kein Mensch. Ich wollte nur wissen, ob ich nach Schulden hab. Ich möchte weiterarbeiten. Ich bin ja hungrig. Richtig hungrig.